So dass man in der Lichtwelt dann hinkommt. Das ist ganz kompliziert. Aber das werden wir auch noch sehen. Ja, da ist auch zum Beispiel wieder eine Höhle, wie in der Lichtwelt. Also wirklich alles exakt gleich. Und wenn da jetzt auch noch eine Fee ist, dann kriegt er Kotzen. Nee. Gibt's nicht. Die sind überall. Die verfolgen mich. Ja, und gleich sind wir am ersten Tempel von Schattenwelt aus. Jetzt müssen wir nur irgendwie reinfinden. Alter, stirb. Alter, acht Bomben von so einem Ding. Hallo, stirb mal. Ach nee, du bist mir mal egal. Du gibst mir eh nur Bomben. Du gibst mir gar nichts. Das ist ein Pfeil. Ach, nicht schon wieder die Vögel. Mann, geh doch mal weg. Ich geh mal kurz hier lang. Äh. Schon da? Das war... Äh. Äh. Ist das wirklich schon der? Nee, ich wollte schon sagen. Das war ein bisschen schwerer, da ran zu kommen. Was bist du für ein Baum? Hallo, Fremder. Suchst du nach den Gäuern gemacht? Dann bist du zu spät. Sie gehorcht nun dem, der sie als erster berührt. Und der hat diese Welt erschaffen. Ein Spiegelwild seiner dunklen Seele. Oh ja. Auch ich such da einst die goldene Macht. Äh, nach der goldene Macht. Und sieh, was aus mir angeworen... Der, der erzählt jetzt nur irgendwie... Das ist unglaublich, ja. Flyforce. Aber jedenfalls, ist hier hinter was. Bing, bing, bing. Bomb, Ben. Bomb, Ben. Bomb, Bomb. Und man sieht jetzt auch rechts, dass ich jetzt Kristalle suchen muss, statt dieser Amulette. Wird schon ätzend. Oh, keine Schatzdrohne. Aber Herzen wenigstens. Bomb, Bomb, Bomb. Baum, du bist so doof. Oh, 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 oh. So. Dann wollen wir mal den... Äh, toll. Wollen wir mal den Eingang suchen. Von dem... So. Von dem Tempel. Nur wo? Und hier lang? Hier geht's nicht lang. Toll, was hat mir das jetzt gebraucht hier? Nach links. Nach rechts. Äh, hier kann ich auch noch lang. Hier. Ne, hier bringt mir das wenig. So, dann geh ich hier lang. Dann geh ich erstmal nach links, um den hier zu killen. Aber an sich ist hier auch nichts. Ach, toll. Echt klasse. Und zurück. Ach doch, hier geht's auch noch weiter. Ach, Gott sei Dank. Äh, wo bist du? Äh, äh. Ii, ich bin Kiki, der Affe. Rubino liebe ich über alles. Ii. Klar, ja, kann ich machen. Hab ich noch davon. Dankeschön, dafür werde ich ein Stück begleiten. Ii. Äh, toll. Eigentlich bin ich ja ehrgeizig immer in Spielen. Eigentlich bin ich ja ehrgeizig immer in Spielen. Aber weil du es bist. Ich bin ja immer lieb. Hat das hier irgendwas zu bedeuten? Wenn ja, dann wüsste ich das wieder nicht. Gut, hat nichts zu bedeuten. Ii. Ii. Äh. Ii hat Angst. Ii mag das nicht. Da ist er wieder. Ja, ich geb dir auch wieder zehn Rubine, ja. Oh, Mann. Ach, ne, die hieß ja nicht Ii. Der hat nur Ii gemacht. Das ist einfach nur ein dummer Affe. Hier sind wir. Und der macht, glaube ich, nämlich das Tor auf. Oder? Vor 100 Rubine öffne ich diesen Eingang. Ja, ist klar. Ja, komm. Sehr gern. Äh, okay. Wow, das konnte ich auch selber machen. Naja, danke. So, wir betreten jetzt den ersten Tempel in der Schattenwelt. Die sind schon anspruchsvoller. Es ist aber... Sieht jedenfalls gleich aus. Fast gleich. Wie der erste Tempel, den wir überhaupt betreten haben. Siehst du, da fängt es schon an, wenn ich jetzt zwei Mal auf den Schalter latsche. Ist er größer? An sich nicht größer. Aber schwerer. Finde ich. Kann ich verschieben, ne. Ich glaube, an manchen Stellen werde ich wirklich richtig verzweifeln manchmal. Ach, die können schießen. Ey. Was ist da drinnen? Ein Schlüssel, Gott sei Dank. Ein Schlüssel ist wahrscheinlich... Ach, da an der Mitte. Ach, dann ist gut. Äh. Wo war denn der? Da oben. Was ist das hier? Ich gehe erstmal nach rechts. Nachklasse. Und der stirbt jetzt auch mal. Ach so, ist immer nur ein... Kann ich den verschieben? Ja, den könnte ich verschieben. Das weiß ich ja alles. Nehmen wir die Bruchteile, weiß ich noch. Ach, hier. Der ist noch nicht weiß. Der wird es jetzt sehen. Verdammt. Ah, eine Vieh. Na, komm her. In die Flasche mit dir. So, wo fühlt denn der mich hin hier? Ach, nochmal zwei fehlen extra. Eine brauche ich noch. Weil die können richtig nerven, die Dinger nach der Zeit. Na. Warte, die nehme ich erstmal. Ich weiß aber nicht, ob die denn für immer tot sind. Na, tot. In Klammern gesetzt jedenfalls. Warte mal kurz. Da unten ist so ein Bomben. Hörst du mich? Ich bin jetzt deine Zelda. Oh, Zelda. Ich bin im Schildkrötenfelschen. Okay. Bitte, bitte, bitte. Beeil dich, ja. Was mache ich denn sonst? Beeil mich immer. Ach man, Fraps. Du verarschst mich doch heute. Kann ich wegschieben, ja? Klar. Oh. Boah. Jetzt wird ja mal schlimmer hier. So. Jetzt müsste er eigentlich gleich wieder gehen. Ne? Warte, warte mal einen Moment. Immer wenn ich mit irgendwann in Kontakt trete. Oder? Nö. Nö. Verarsche pur. Aber du musst. Äh. Alter. Ernsthaft. Geht doch. Ich glaube, der Boden geht auch kaputt. Ja, wusste ich's doch. Toll. Toll. Karte, bitte. Verdammt. Da wollte ich noch gar nicht hin. Ich wollte eigentlich in die Teleporter mal reingehen. Aber naja. Äh. Äh. Okay, jetzt sind schon mal. Verdammt. Ich glaube, der, wenn der, der Rote mich anguckt, dann ist, glaube ich, richtig kacke. Weil der kann, glaube ich, auch schießen. Aber ich hab Pfeile. Ach. Ich dachte, der macht auch Pfeile. Äh. Eine Frage. Warum konnte ich sehen, was für Gänge... Ah, ne, doch nicht. Ich dachte schon, ich hab' ne Karte. Jetzt warte mal kurz. Ohne Mist. Ich hab' einen Teleporter gesehen. Den will ich jetzt auch nutzen. Ach, Mist. Ah, da Ferbie und Nenn-Tifilie-Fäden denn. Bin ich denn? Achso. Achso, gut. Gut, 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 gut. Aber am Anfang war doch auch noch der... In der Mitte der Gang. Da bin ich natürlich auch noch hin. Ich glaub, da muss ich dann noch bald hin. Ah, der Gang sieht mir schon... ... ganz schön so... ... aus, dass in der Bett kommt. Höh, äh, ein roter. Oh. Ach, ist ja ätzend. Ist klar. Und tot. Ach, cool. Komm schon, schnell. Oh, Gott sei Dank, kann ich nicht jetzt wirklich schlagen. Alle, 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 alle. Die greifen mich sogar an, die Ärsche. Verdammt. Oh, ne, vorhin noch einen richtigen Moment. Ähm, was ist denn hier drin? Jetzt haben wir die Karte. Rechts und links sind's... Moment mal. So, wo war der Anfang? Da war der Anfang. In der Mitte aus. Also von 1S. Da haben wir startet. Da bin ich ja nach rechts, sieh'n und nach links. Okay, es verbindet sich also alles. Das ist ja gut. Also ist hier hinter auch noch was. Hm. Verdammt. Ah, die kann ich ja wirklich umgeben. Naja. So und so. Und dann geh' ich einfach mal... ... weil ich jetzt bin, nach links. Oh, und mit ruhig von... ... mit nem Schlüssel. Jetzt hab' ich schon zwei. Oh, die leben wir wieder. Und ne Fegenquelle... ... wird ja immer besser. Brauch' ich aber nur nicht. Mann, geh doch mal weg. So. Hier, hier. Verdammt. Geil. Sind denn immer noch nur zwei da? Ja. Oh, die muss ich mir jetzt wirklich sparen. Wenn ich... ... falls doch mal irgendwas passiert, dann... ... geh doch mal dann zurück. Geil. Raus hier. Aua. Oder verjuhnt. Und jetzt gehen wir den Weg in der Mitte. Den regulären. Da hätten wir, denke ich, mal einen Schlüssel auch gebraucht. Bei den... ... Türen, die wir jetzt noch nicht gesehen haben. Aber jetzt jedenfalls erstmal zurück teleportieren. Jetzt sind wir wieder hier. Hier brauchen wir nichts an den Wänden. Nee, nee, nee. Kann ich nichts wegbomben. So, du bist jedenfalls tot. Dann gehen wir mal in die Mitte. Ach, da siehst du, da hätten wir einen Schlüssel gebraucht. Kann ich von hier aus schieben? Nö. Hat das hier wirklich nichts zu bedeuten? Einschlüssel. Was hat mir für welche hier? Äh, was hat... Äh, bitte, was hat mir für welche? Wie kann ich euch kriegen? Ach, ich weiß, glaube ich, wie. Nee. Ach, wie habe ich denn die mal umgedreht? Ich glaube, die kann man umdrehen irgendwie, aber ich weiß nicht wie. Verdammt. Die werden mich jetzt eine Weile nerven, weil ich gerade nicht weiß, wie man die killt. Weile? Verdammt. Aufgeladen. Verdammt. Nee, die kann ich nicht killen. Ach, ich weiß, wie. Später erst. Okay, da kann ich runter springen. Was kann ich hier? Hier kann ich übrigens noch rüber gehen. Wenigstens, aber den, den kann ich... Den geht mal kaputt machen. Jetzt mal auf die Karte gucken. Okay, da waren wir schon. Ach, da war ja der kleine Gang da. Woher? Woher? Wöw, wöw, wöw. Naja. Ich würde mal sagen, wir jumpen da einfach mal runter. mehr unter schon ja machen wir einfach mal kann ich nicht verschieben das sind die reporter okay gelbe köpfe ach die haben auch schon mal gesehen kann ich nur nicht töten verschwindet mal bitte ich habe jedenfalls die christie von mit noch einen schlüssel ok teleporter kann ich anwerfen ja auch nicht verschwinden doch mal vom teleporter ach jetzt mal wieder hier die mal einfach mal gerade aus und hier sind man auch ein bisschen rätselhaft ich hab da jetzt einfach jetzt herunter schon einfach karte kommen geht es nicht lang gut eine bombe zum feilen und eine tür und ne tür ne tür wie wunderschön ist das wie wunderschön ist das denn cool aber wir haben noch nicht die